Und dann freue ich mich jetzt schon auf Günter Sosner, war so ein bisschen hin und her, er sollte sprechen, dann doch nicht jetzt doch. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Vortrag, ich habe ihn auch schon privat reden hören und ich klebe immer an seinen Lippen. Und genau, Günter kennt viele von euch, studierte Psychologie, Soziologie und Sportwissenschaften in Kiel und Hamburg. Er war als Handballtrainer tätig, arbeitet dann als Journalist und für Tageszeitungen und Magazine und später im Bereich Kommunikation und Werbung. Er war unter anderem auch international in der Pressearbeit und im Marketing tätig. Was machst du eigentlich nicht? Wow. Sosner ist Initiator des Graswurzelmediums, neue Debatte und weitere Projekte aus den Bereichen Medienbildung, Diplomatie und Zukunftsfragen. Regelmäßig schreibt er über soziologische Themen, Militarisierung und gesellschaftlichen Wandel. Außerdem führt er Interviews mit Aktivisten, Politikern, Querdenkern und kreativen Köpfen aus allen Milieus und sozialen Schichten zur aktuellen Fragestellung. Sein Thema heute wird behandeln, nach uns die Arbeit, Automatisierung und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Von der Dampfmaschine bis zum Computer war es nur ein kurzer Weg, zumindest in erdgeschichtlichen Dimensionen. Die Automatisierung schreitet voran, Roboter werden täglich zur Alltäglichkeit und die Arbeitswelt verändert sich. Noch wird diese Entwicklung geprägt durch den Traum vom ewigen Wachstum, eine auf Profit ausgerichtete Wirtschaft, Kapitalanhäufung und Bullshitjobs. Wer hat das geschrieben? Die keinerlei Sinn mehr machen. Das wird sich ändern. Lieber Günther, komm gerne zu uns. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich kann mich selber kaum hören. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, um über dieses Thema der Automatisierung zu sprechen. Ich möchte etwas vorweg schicken. Ihr merkt es schon, ohne die Technik wäre ich hier schon total aufgeschmissen, weil ich eine unglaublich leise Stimme habe. Insofern bin ich der technischen Entwicklung sehr dankbar, die mich hierher geführt hat und mir ermöglicht, vor vielen vielen Menschen und vielen interessierten Köpfen zu sprechen. Und ich möchte trotzdem, bevor ich da so ein bisschen ins Eingemachte gehe, möchte ich ein bisschen zurücknehmen in die Entwicklungsgeschichte der Technik und zwar zum Windrad. Ganz weit zurück, man weiß nicht genau, wann das mal entwickelt worden ist, diese Technik aus Wind, also den Wind als Kraft zu nutzen, dann in der Regel für jeden bekannten Form der Windmühle, die dann Getreide mahlt und Mehl entstehen lässt. Das wurde am Anfang mal gemacht mit ziemlicher Sicherheit in einer Kombination aus menschlicher Arbeitskraft und tierischer Arbeitskraft, also Zugtiere, Ochsen möglicherweise, die einen Mahlstein bewegten, um dann eben halt das geerntete oder gesammelte Getreide in irgendeiner Form zu zerkleinern, um es dann eben nutzbar zu machen. Und dann kommt dann irgendwann, man kommt auf die Idee, diese Windmühle zu bauen und diese Windmühle hat einen Entwicklungsprozess hinter sich, der sich sehr, sehr schön in drei Teilen darstellt. Das eine ist also die feste Windmühle, die da steht und auf den Wind wartet, der gegen ihre Flügel pustet, damit es in Bewegung gesetzt wird und der Mahlvorgang beginnt. Und dann kommt jemand auf die Idee, Mensch, du, der Wind, der dreht ja auch mal und dann müssen wir Folgendes machen, wir müssen die Windmühle mit dem Wind drehen. Das ist tatsächlich ein revolutionärer Akt, also eine Mühle, die man in die Windrichtung drehen kann, von da, wo der Wind kommt, hervorragend. Und in einem dritten Evolutionsschritt, also wenn man es technologisch als Evolution bezeichnen kann, kommt ein Move, so ungefähr 740, 750 rum, wird ein Mechanismus entwickelt, der ein kleines Windrad, also Verlängerung, dazu befähigt, dass die Mühle von sich aus immer mit dem Wind dreht. Und die ganze Zeit sind diese Flügel in Bewegung. Das hat den Vorteil, dass sie das ständig nutzen können, das heißt also, die Produktionsmöglichkeit wird erhöht. Warum? Weil diese Mühle immer mahlt, außer es gibt gar keinen Wind. Es hat einen zweiten Vorteil, und das muss ich jetzt ein bisschen aus Unternehmerischer Sicht darstellen, ich brauche viel weniger menschliche Arbeitskraft und ich brauche auch keine tierische Arbeitskraft. Dann in dem Moment. Ich spare also unglaublich viele Arbeitskraft ein. Das ist ein wichtiger Aspekt, den man im Hinterkopf behalten muss, egal über was man redet im Bereich der Automatisierung. Es geht in der Regel darum, menschliche Arbeitskraft aus dem Produktionsabläufe, wie man so schön sagt, rauszunehmen. Warum? Da komme ich nachher noch mal ganz kurz drauf. Es geht einmal um Kostenfaktoren. Der Ursprung liegt bei uns selbst, weil wir Menschen, die Angewohnheit haben, alles, was wir tun, uns zu erleichtern. Also insbesondere Dinge, die uns schwerfallen. Wir möchten gerne, dass es leichter wird. Und da sind wir unglaublich clever und kreativ, um uns die nötigen Mittel, die nötigen Annehmlichkeiten zu verschaffen, dass wir weniger arbeiten müssen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir wollen eigentlich gar nicht arbeiten und machen uns das Leben leicht. Ich mache einen kleinen Zeitsprung, gehe zur Dampfmaschine. Alle mal gehört, die wird so 1770 erstmals richtig populär, die Dampfmaschine. Warum? Da wird eine Innovation gemacht im technischen Sinne. Das Ding nannte sich Spinning Jenny. Das ist ein Webstuhl gewesen, der automatisiert läuft und dann mit Dampfkraft betrieben wird. 1793 kommt da noch eine andere, das nennt sich Cotton Gin. Die ist dafür da gewesen, die Baumwolle auszukämmen. Das kennt vielleicht jeder von euch, das mal gesehen. Man muss sehr viel kämmen, um diese kleinen Rückstände von der Ernte, die letzten Spuren, die Splister rauszubekommen. Und jetzt muss man dazu wissen, das war in einer Zeit, wo die Sklaverei auf jeden Fall im nordamerikanischen Bereich, insbesondere in den Staaten im Süden, sehr verbreitet gewesen ist. Allerdings mit dem Aspekt, dass sie rückläufig war. Diese Maschinen kommen in eine Phase, wo das rückläufig ist. Warum war die Sklaverei rückläufig? Das hatte den Hintergrund, dass man mit Baumwolle nicht so gute Geschäfte machen konnte. Das war vor diesen beiden technischen Innovationen unglaublich personalaufwendig. Da waren Leute also sehr, sehr lange beschäftigt. Das kann man so ungefähr sagen, im Verhältnis, so wie man sich das vorstellen kann, das, was die Maschine machte, da brauchte man ungefähr zehn Menschen für. Und diese Maschine, die dann kam, die Cotton Gin, also als kämmende Maschine, die hat die Produktivitätsrate um das 25-fache gesteigert. Das heißt, unglaublich viele Menschen konnten eingespart werden. Man brauchte also weder qualifizierte Arbeitskräfte, beziehungsweise nur wenige, die diese Maschinen bedienen konnten, und man brauchte vor allen Dingen unglaublich wenig nicht-qualifizierte Arbeitskräfte, die einfach nur einen einfachen Vorgang für das Scammen ausführen. Das hat trotzdem Gegeneffekt gehabt. Die Sklaverei nahm zu mit der technischen Innovation. Warum? Weil auf einmal unglaublich viel menschliche Arbeitskraft vorhanden war, die nichts zu tun hatte, und man hat sich dann überlegt, wo kann ich die Wahl einsetzen? Und das führte dann dazu, dass sie auch unter anderem bestimmte Bildungsentwicklungen hatten. Also dass man Sklaven, versklavte Menschen nahm, und man qualifizierte sie höher in den Südstaaten, damit sie andere Aufgaben übernehmen konnten. Da gibt es einen interessanten Aspekt, beziehungsweise eine interessante Person, das ist Thomas Jefferson, ein US-amerikanischer Politiker, später, der auch bei der Gestaltung der USA eine wesentliche Rolle gespielt hatte, und der war auch erstaunlicherweise für die absolute Freiheit des Menschen. Er sprach auch davon, dass der Mensch nur frei sein kann. Also wenn der Staat vor dem Menschen Angst hat, dann bist du frei, dann hat dir das Volk, das Souverän, die Herrschaft. Und dieser gleiche Mann, der solche Sätze von sich gegeben hat, oder solche Gedanken von sich gegeben hat, war selber ein Sklavenhalter. Das passt so ein bisschen nicht zusammen, aber das sind so Widersprüche, die sich vielleicht aus der Historie erklären. Entscheidend bei dieser ganzen Sache ist, dass wir beim technologischen Sprung immer wieder erleben, dass die Produktivitätsrate nach oben geht, der Mensch aus dem Arbeitsprozess verdrängt wird, und dann sich überlegt wird, was kann ich mit diesem Menschen machen? Also wie kann er zur Arbeit kommen? Aber bitte im Hinterkopf behalten, was ich vorhin sagte, unsere Natur, also so wie wir einfach als Typen drauf sind, ist eigentlich, dass wir möglichst wenig arbeiten wollen, und deshalb machen wir ja diese ganzen Erfindungen, damit wir gar nicht arbeiten müssen. Das ist der Idealzustand. Es läuft alles von alleine. Und da gibt es auch ein Beispiel, das möchte ich auch dann bringen, um diesen kleinen Bogen zu tragen, in die Zukunft, wie das aussehen könnte, was passiert. Und zwar beame ich mich wieder ein bisschen nach vorne, also ich arbeite mich jetzt in die Zukunft weiter vor, lande aber zwischendrin mal im Jahre 1930. So etwa 1930 herum, Landwirtschaft in Europa ist sehr weit ausgeprägt, und man hat pro Landwirtschaft im Betrieb so in etwa 50 Menschen, die in irgendeiner Form direkt für diesen Betrieb arbeiten, also Knechte, Mägde, Leute, die sich um die Verpflegung, die Nahrungsmittelproduktion kümmern, also die arbeitenden Menschen was zu essen haben und so weiter. Es sind ungefähr 50 Menschen, plus Pferde, Pferdegespanne kennt vielleicht der eine oder andere noch, und Ochsengespanne. Der Zweite Weltkrieg, die Vorbereitung darauf und so weiter, führt zu einer kleinen Entwicklung im Bereich der landwirtschaftlichen Technologien, also Traktoren werden viel stärker produziert und so weiter, aber es wird immer sehr, sehr viel auch dem militärischen untergeordnet, und der wirklich große Move sozusagen im technologischen Sinne passiert tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, und das hat einfach den Hintergrund, dass zum einen unglaublich viele Menschen natürlich im Krieg umgekommen sind, also gerade arbeitende Menschen waren nicht da, sie waren gefallen. Das Zweite war eine Notwendigkeit, die Nahrungsmittelproduktion nach oben zu treiben, also man brauchte Nahrungsmittel unbedingt, und dann hat man aber den Vorteil gehabt, dass die Fabriken, die für die Produktion von LKWs, Panzern und so weiter da waren, die waren natürlich ohne weiteres umstellbar auf die Produktion auch von solchen landwirtschaftlichen Geräten, Mischmaschinen etc., die dann gekommen sind, und so konnte es dann sein, dass also im Entwicklungsprozess 1950 etwa 25 Prozent der gesamten Bevölkerung in Deutschland, das ist ganz konkret, waren direkt oder indirekt für die Landwirtschaft beschäftigt, 2013, der Entwicklungsprozess geht weiter, die Traktoren werden besser, die Mischmaschinen, die Mähmaschinen werden besser, es gibt Komplexmaschinen, das heißt, die machen alles in einem Abwasch, die ernten ab, die trennen sofort, das Zielgut, also Getreide und so weiter vom Halm, machen das alles in einem Abwasch, also 2013 sind es so ungefähr 1,6 Prozent der Menschen total, und heute liegen wir bei unter einem Prozent, das wird nur noch ausgeglichen durch sogenannte Saisonkräfte, also wenn man das eben halt auch noch einrechnet, dann kommen wir vielleicht noch bei einem Prozent hin, also die Tendenz ist fallend, warum ist die Tendenz fallend? Weil es neue Maschinen gibt, neue Innovationen gibt, es gibt intelligente Systeme, es gibt smarte Agenten, wie man das so schön nennt, es gibt KI, künstliche Intelligenz, die das alles steuert, und das führt dann dazu, dass der klassische landwirtschaftliche Betrieb, also im Jahre 1930, etwa 50 Menschen, heutigen Tags, Weltenglück haben im Jahr 2020, ungefähr noch zwei hat, die dort tätig sind, also wirklich full time, und davon nichts anderes machen, als den landwirtschaftlichen Betrieb, unabhängig von Saisonkräften, woher kommt das? Das hat damit zu tun, dass sie bestimmte Tätigkeiten auslagern, es hat also unmittelbar, was die Landwirtschaft hier anbelangt, hat es aber damit zu tun, dass Maschinen diese ganzen Arbeiten übernehmen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Maschine verdrängt den Menschen aus diesem Segment. Und jetzt könnte man sagen, hervorragend, die Landwirtschaft, ein bisschen schwierige Sache, wir wollen uns das Leben einfach machen, wir wollen nicht so hart arbeiten, perfekt, die Maschinen übernehmen das, was machen wir jetzt? Im Entwicklungsprozess von 1930, bis in die Gegenwart, war natürlich der Zwischenstufe, dass viele Menschen in die Produktion gegangen sind, also Facharbeiter wurden ausgebildet, hochqualifizierte Arbeitskräfte, die dann zum Beispiel Automobile bauen und so weiter. Wir haben dann aber weitere Power in der Technologie, es kommen neue Sprünge, es kommt, ja, die E-Mobilität wird zum Thema, es kommt das selbstfahrende Fahrzeug, das gibt es aber schon viel, viel länger, also das ist jetzt keine Neuerung, das gab es schon in den 40er Jahren, gab es schon solche Versuche, also selbstfahrende Fahrzeuge, das hatte auch viel mit der Kriegsindustrie zu tun, also man wollte autonom fahrende Sachen haben und heute haben wir die, autonome Systeme, die immer weiter vorgehen. Und da finde ich, in dem Zusammenhang fängt natürlich dann die Frage in den Raum, was ist das eigentlich, man spricht dann immer von der Komplexität und der Digitalisierung, also das Digitale als Teil des Komplexen, wobei man sagen muss, genau genommen ist das Digitale nichts anderes als der Versuch, eine Komplexität, die aus dem Detail entsteht, aufzufangen. Was meine ich damit? Je mehr unser Wissen sich entwickelt über bestimmte Zusammenhänge, desto mehr Wissen häufen wir an und dieses Wissen, was wir anhäufen, wird immer schwerer für einen Menschen zu fassen. Es gipfelt darin, dass wir Suchmaschinen benötigen, um überhaupt das gesamte Wissen, was heutigen Tags im Internet abgebildet wird, noch überhaupt ansatzweise skizzenartig vor uns ausbreiten zu können. Das beste Beispiel, was ich geben kann, ist tatsächlich eine Bibliothek, die in Stockholm ist, da wer Interesse hat, 17 Millionen Werke in etwa sind dort, die kann man durcharbeiten in aller Ruhe, und wenn man das drauf hat, dann weiß man ungefähr, was in der Welt los ist. Aber wenn man das genau wissen möchte, was in der Welt los ist, also ziemlich genau, dann empfehle ich nach London zu fahren, also in die königliche Bibliothek, das ist ein guter Tipp, 200 Millionen Werke warten auf den wissbegierigen Menschen, man kann sich das in aller Ruhe reintun und wenn man das ungefähr drauf hat, dann weiß man relativ genau, was hier los ist und wenn man wirklich wissen will, was los ist, dann muss man ins Internet eintauchen, da warten Milliarden und Abermilliarden von Links, von Verweisen, von Dokumenten, von Grafiken und so weiter, also eine endlose Flut an Informationen und da können wir beileibe nicht mehr aufgreifen, das ist nicht mehr möglich, also brauchen wir zwingend smarte Agenten, die das für uns machen, also KI, die das für uns managt und da sind wir dann bei dem Thema Controlling, das möchte ich nicht umgehen, bei diesem kleinen kurzen Vortrag dazu, Controlling, es wird viel über Kontrolle gesprochen in der heutigen Zeit und die Verbindung aus technischem Fortschritt hin zur völligen Automatisierung führt letztlich zwingend ins Controlling rein, ich hatte vorhin das am Beispiel dieser Landwirtschaft, die Betriebe kurz reduziert, diese beiden Personen, die heutigen Tagen noch verbleiben, die haben vor allem Controlling-Aufgaben, also die kontrollieren die Maschinen, weil der Worst Case, der passieren kann, ist, dass die Maschine keinen Strom mehr hat oder in irgendeiner Form keine Energie mehr hat, dass sie sich bewegen kann, also ihre Tätigkeiten vollautomatisiert verrichtet, dass sie mit bestimmten Daten, also Feldabmessungen, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und so weiter nicht gefüttert wird und das ist dann diese Aufgabe dieser Leute im Controlling-Bereich. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, merkt schon, worauf ich hinaus will, auch diese beiden Arbeitsplätze sind nicht mehr ganz so sicher, da gibt es jetzt langsam so Vorstöße, dass also vollautomatisierte KI also in der Lage ist, natürlich so einen landwirtschaftlichen Betrieb dann irgendwann mal zu übernehmen. Wird noch ein bisschen dauern, aber wird kommen, vollautomatisiert. diese für mich persönlich beeindruckende technische Evolution, die uns immer weiter vorantreibt, hat eben halt einen kleinen Nachteil, sie greift eben halt in die Produktion über, sie greift aber auch in die Dienstleistung über. Da habt ihr bestimmt schon gesehen, kleine Service-Roboter, die rumlaufen oder Tablets, wo man dann direkt seine Bestellung abgeben kann, bei einem virtuellen Agent, mit dem man sich unterhält, also eine Fiktion genau genommen von Mensch, der abgebildet wird, der dann einfach Fragen beantwortet. Und im Netz kennt man das natürlich bei den Chats, also Service-Chats. Man fragt nach hier, hallo, wo ist der Support? Und dann, hallo, ich bin Jim, der Bot, wie kann ich dir helfen? Und dann ist man auf einmal mit einer Maschine in Kommunikation, wobei natürlich keine Kommunikation stattfindet, sondern einfach bestimmte Schlüsselwörter, bestimmte Reaktionen hervorrufen. Man hat aber mit Kommunikation im eigenen Sinne überhaupt nichts zu tun, weil das soziale Element fehlt. Diese Arbeit polarisiert sich also immer weiter raus und man kann das nachher dann splitten in drei Segmente, so würde ich mir das auch vorstellen. Das ist einmal das Labor, das heißt dort im Labor, in der Entwicklung, da wird also etwas Neues erschaffen, die Technik der Zukunft, wie immer die dann aussehen mag, möglicherweise zum Beispiel Datentransfer via Laserstrahl, das wird es geben, halte ich nicht für unmöglich, ich glaube, dass das kommen wird. Es wird natürlich Raumfahrtechnologie geben und so weiter und so fort. Wir werden versuchen, irgendwo auszulagern mit High-Tech zu anderen Sphären. Es wird aber nichts daran ändern, dass uns natürlich die neue Entwicklung immer wieder dann voraus ist und natürlich wieder Arbeit dann überflüssig macht. Großes Problem, komme ich drauf mit der Fabrik. Die Fabriken der Zukunft werden vollautomatisiert laufen, das kann man sich jetzt schon angucken, wenn man so ein bisschen ein Auge wirft in der Automobilbranche, da findet man das schon. Fabriken, die total automatisiert laufen und ob es dort noch überhaupt jemanden gibt, der mit der Ölkanne die Roboter da irgendwie ein bisschen hegt und fliegt, möchte ich auch anzweifeln. Das sind geschlossene Systeme, die können wahrscheinlich auch ohne. Das Einzige, was sie brauchen, sind Energie und Rohstoffe und entsprechende Einstellungen der Tätigkeiten, die sie machen müssen. Das heißt also, die Technologie des Gestern wird einfach in vollautomatisierten Fabriken umgesetzt. Mit der erzwungenen Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit den Menschen? Und da komme ich zu dem, was sind die Auswirkungen? Die Auswirkung ist, ich gehe wieder zurück an den Anfang meines kleinen Vortrags, hier unser Ziel als Mensch ist nicht zu arbeiten, sondern uns das Leben leicht zu machen. Ich persönlich kenne keinen Menschen, der nicht tätig ist. Kenne ich nicht. Jeder hat irgendwas zu tun. Man kann das für richtig oder falsch halten, was er macht. Er ist immer tätig. Arbeit in der heutigen Gesellschaft ist geteilt in Erwerbsarbeit, die entlohnt wird gegen Geld und die von der Gesellschaft anerkannt wird, von der Politik anerkannt wird, von allen anerkannt wird. Wenn Sie aber sagen, ich arbeite nicht, dann ist das ganz schlecht, dann haben Sie ein Problem. Also wenn Sie nicht erwerbsarbeitig sind, dann sind Sie arbeitslos oder arbeitsscheu oder faul. Ich persönlich mache gar keinen Hiel draus. Ich arbeite nur, weil ich Geld brauche. Das ist alles. Sonst, ich habe andere Sachen zu tun, die viel wichtiger sind in meinen Augen, die auch viel mehr Substanz haben für die Gesellschaft. Wir haben also im Moment ein Problem, das wir lösen können, nämlich die Frage, wie kommt ein Mensch zu Einkommen? Und jetzt möchte ich nicht den Bogen schlagen in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das habe ich durchaus mal vertreten, sondern ich gehe noch einen viel, viel größeren Schritt weiter. Das Grundeinkommen ist mir gar nicht radikal genug, wie es sein müsste, um dieses Problem zu lösen, dass uns die Erwerbsarbeit, und zwar die auskömmliche Erwerbsarbeit, ausgeht. Eine Ökonomie des Schenkens. Ich gebe jemandem etwas, weil ich es gerne tue, nicht, weil ich eine Gegenleistung erwarte. Ich gebe ihm etwas, weil das, was er tut, aus meiner Sicht als Mensch, nützlich und wichtig erscheint. Ich gebe ihm etwas, weil ich erkenne, dass er einen gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Als Beispiel Kinderbetreuung. Vater, Mutter, Großeltern passen auf die Kinder auf. Ist das Arbeit? In unserer heutigen Gesellschaft nicht. Das wird als Reproduktionsarbeit einfach zur Kenntnis genommen. Das ist normal. Das kriegst du nicht bezahlt. Wenn du aber losgehst und bist Kindergärtnerin oder Kinderpädagogin und betreust die Kinder anderer Menschen, dann kriegst du das bezahlt. Aber nur für die betreuung deine eigenen Kinder nicht. Also das alleine ist ein Widerspruch in sich, den man auch aus bestimmten Aspekten erklären kann, da will ich gar nicht darauf eingehen, sondern diese Widersprüche aufzulösen. Warum? Um die Abhängigkeit von Erwerbsarbeit aufzuheben. Denn darauf läuft das, was wir haben, hinaus. Ich habe es vorhin skizziert, der Übergang, die Labore, dort, wo die neue Technologie geschaffen wird, mit Kombinationen Fabriken, also immer mehr automatisierte Produktion, aber auch Dienstleistung, die immer mehr automatisiert wird, die uns dann natürlich in Bereiche reintreibt, hatte ich vorhin gesagt, beziehungsweise die Nina hatte das in der Ankündigung gesagt, es gibt diesen Begriff der Bullshitjobs. Was sind Bullshitjobs? Das ist alles das, was überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Wir haben sie einfach, weil sie gemacht werden, aber wenn du jemanden fragst, machst du den Job gerne, welchen Sinn hat er, dann schütteln die Leute mit dem Kopf. Jetzt will man fragen, ja, welcher ist das? Gehe in eine Werkshalle bei Amazon und frag mal einen, der da acht Stunden Pakete von A nach B bewegt, ob er diesen Job gerne macht oder nicht. Oder ob das sich einfach um einen Shortjob handelt, um Bullshit. Oder auch andere Jobs, die in der Verwaltung vor allen Dingen entstehen, in der Bürokratie, Beamte, das ist für mich so ein Paradebeispiel, sie da mal genau reinbeameln, was da so los ist, wo Leute dann Zettel von A nach B reichen. Das machen die den ganzen Tag und glauben, sie haben eine Arbeit. Das ist das Sinnlose von allen Zeiten. Und auch diese Gruppe, vor allen Dingen die Verwalter, sind durch KI ersetzbar. Und zwar viel, viel leichter als jeder Handwerker. Das Handwerk, so komisch es heute klingt, mag, vielleicht sehe ich als Option für den Menschen, also das bewusste ausbildungstechnische zurückgehen in der Zeit, um sich Fähigkeiten anzueignen, die vor diesen Sprüngen, insbesondere der industriellen Revolution, Stichwort Dampfmaschine und so weiter, notwendig waren, um das Wissen zu sichern und gleichzeitig eine Gesellschaft, die die Tätigkeit des Menschen aus sich heraus belohnt, weil sie eine Sinnhaftigkeit hat. Geschenkökonomie ist das Stichwort meinerseits und Befreiung von der Erwerbsarbeit. Dankeschön. Idealismus prevails. Make the world a better place. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.